Du musst jetzt stark sein oder vom Durchhalten. Im Leben ist es immer wieder wichtig, auch stark zu sein und Stärke zu beweisen. Vor allem sich selbst auch Stärke zu beweisen und natürlich auch anderen Menschen. Ich kann etwas wirklich durchstehen. Und wenn es der 100-Meter-Lauf ist oder wenn es die Ruhe ist, die ich durchstehen kann, ja tatsächlich auch die Ruhe, die ich mir jetzt gebe und damit auch anderen Menschen gebe, mit denen ich bin, weil es einfach nur wichtig ist, jetzt gerade Ruhe zu bewahren. Das können alle möglichen Situationen im Leben sein. Nein, sich die Stärke zu geben, tatsächlich ruhig zu bleiben. Denn du weißt ja, du kannst auch laut geben und du kannst auch laut sein. Du kannst Widerstand leisten. Du kannst dich tatsächlich wehren. Du bist also wirklich in der Lage, das Übliche zu tun. Also laut zu geben in dem Sinne, dass du auch laut bist, wenn es sein muss. Und das ist wichtig im Leben auch immer wieder. Aber die Stärke ist auch zum Beispiel, ruhig zu sein. Die Stärke ist, etwas sehr Anstrengendes zu schaffen. Zum Beispiel, ein Beispiel, einen Umzug. Einen Umzug, wo du nur zwei, drei Leute hast oder nur zwei, drei Menschen da sind und wo es richtig schwer daher geht. Und jeder packt mit an, alle sind dabei, die paar Leute sind dabei, aber es ist anstrengend. Und dafür musst du stark sein. Dafür darfst du stark sein. Das kannst du tatsächlich durchhalten. Oder du musst stark sein, wenn du mitten auf dem See bist und dich verschwommen hast, also ein Stückchen zu weit rausgewagt hast und lebensnotwendigerweise die Stärke brauchst, um wieder zurück zum Ufer zu kommen. Da braucht es Stärke. Da braucht es die Stärke eines Schwimmzuges nach dem anderen. In der Beharrlichkeit und in der Lockerheit, aber durchaus in der starken Anstrengung und Herausforderung, das durchzuhalten. Du musst stark sein in einer Verkehrssituation auf der Autobahn. Wenn es hoch hergeht, wenn viel Verkehr ist, wenn dort einer überholt, da einer überholt. Wenn du denkst, was für ein Tohuwabohun. Und du merkst, wie nervös alles ist auf dieser Autobahn an diesem Tag, zu diesem Zeitpunkt. Dann brauchst du Stärke, um das aushalten zu können. Stärke ist etwas, wie viele Dinge im Leben, was temporär ist, also zeitlich begrenzt ist. Wir müssen ja nicht immer stark sein. Und wir müssen uns nicht immer eine besondere oder einseitige Stärke eingestehen und zumuten. Stärke kann zum Beispiel auch sein, wenn man weint. Oder Stärke kann sein, wenn man sich endlich eingesteht, dass etwas nicht mehr geht. Stärke bedeutet aber immer wieder, ich muss etwas halten. Ich kann etwas aushalten. Und dadurch werde ich wirklich innerlich stark und ich werde in meinem Leben stark und ich werde natürlich auch körperlich stark. Ich habe einen Trainingseffekt und so weiter. Also die Stärke heißt, es ist jetzt gerade eine Herausforderung, wie auch immer die aussieht, bei der ich normalerweise was anderes machen würde. Vielleicht wegspringen würde oder mir was anderes aussuchen würde. Und wenn ich die Möglichkeit hätte, tatsächlich die Stärke nicht durchzuhalten, sondern eben das andere zu tun. Stärke ist immer eine Überwindung oder Stärke hat zu tun mit der berühmten Überwindung. Es ist jetzt gerade schwierig, es ist nervig, es ist anstrengend, es ist mental herausfordernd. Es braucht die Disziplin, sich zurückzuhalten oder Disziplin ist auch immer wieder eine Stärke, die wir brauchen im Leben. Weil wenn wir keine Disziplin haben und damit Stärke haben, werden wir in allen möglichen Dingen immer wieder scheitern. Und das Scheitern ist natürlich so ein Problem im Leben. Das heißt nicht, dass du dir beweist, dass du alles kannst und dass du immer alles kannst und musst und bedienst und all das. Das heißt es nicht. Sondern Stärke heißt, die Herausforderung dieser Disziplin etwas durchzuhalten, etwas durchzustehen, bei etwas weiterzugehen, da durchzugehen, natürlich in dem Wissen und in der starken Annahme, dass das begrenzt ist. Dass also irgendwo dann Licht am Ende des Tunnels ist, in dieser Symbolik. Jetzt stark zu sein bedeutet, jederzeit bereit zu sein im Leben, wenn es sein muss, diese Stärke an den Tag zu legen. Diese Stärke alleine oder diese Stärke mit anderen Menschen. Stark. In einer absolut chaotischen Situation. Stell dir eine Unfallsituation vor, du bist Zeuge glücklicherweise, dein Auto ist vielleicht heil, du hast es angehalten und du hilfst jetzt erst Helfer am Ort, Helferinnen am Ort. Da musst du Stärke beweisen. Da musst du ganz klar sein. Das muss einfach so funktionieren, Hilfe zu holen, die Menschen zu bergen, die es zu bergen gilt und weiteren Schaden zu vermeiden. Die Stärke auf deine Art und Weise, dies zu tun, was dann erforderlich ist. Und das reicht tatsächlich in der Ersten-Hilfe-Situation, wenn man schnell Hilfe holt und wenn man das andere nicht kann und sich nicht zutraut und davor zurückscheut oder zu große Angst hat, dann ist das eben nicht möglich. Aber du bist verpflichtet dazu, eine Ersthilfe zu leisten, wie auch immer die aussieht. Tätig eben am Menschen, um sie zu retten, zu bergen oder eben anzurufen, auf jeden Fall dabei zu sein und etwas zu tun in dem Sinne. Aber es gibt so zahllose andere Beispiele in unserem Leben, wo wir nicht damit gerechnet haben, stark sein zu müssen. Weil wir denken, das schaffe ich, das ist für mich eine Kleinigkeit oder vielleicht ein gewisser Aufwand. Aber plötzlich setzt dann etwas ein, was die Herausforderung ist, dass du stark sein musst, dass du das halten musst. Denk mal dran, du hast dich im Baum verstiegen oder am Berg, irgendwo am Berghang verstiegen und es dämmert und es ist herbstlich und es ist glitschig und rutschig draußen. Die Sonne ist gerade hinterm Berg untergegangen, es wird kühl, es wird kalt und du bist nicht wie geplant zu Hause, sondern du hängst dann noch in der Wand oder auf dem Weg und es ist dunkel und all das. Dann heißt es, stark zu sein. Dann heißt es, nicht zu verzagen, sondern die Stärke anzunehmen und die Stärke zu entwickeln. Und es ist erstaunlich, wie stark Menschen sein können in Lebenssituationen. Die meisten Menschen sind viel, viel stärker, als sie je geglaubt hätten. Wir können Grenzen überwinden, wir können außerordentlich stark sein. Eine Mutter, die ihre Kinder schützt oder ihr Kind schützt, kann außerordentliche körperliche Stärke entwickeln und den schlimmsten Buhmann oder sonstige Leute abwehren und mit denen was tun. Ein Familienvater, eine Familie, die sich selbst schützen muss vor Invasoren, vor Soldaten, vor was weiß ich, irgendwelchem schrecklichen Kriegsgemach, kann stark sein und diesem Feind die Stirn bieten. Und das ist gerade wichtig in einer Kultur, die gewohnt ist und die vielleicht sogar lange Zeit gewohnt war, bequem zu leben. Wir machen es uns sehr bequem und es wird uns bequem gemacht. Also Konsumgüter und Wirtschaftsofferten und all das Angebote gehen immer wieder um die Bequemheit. So bequem, so bequem wie möglich. Aber Achtung, wenn du die Disziplin verlierst und die Haltung verlierst, dass du auch Stärke annimmst und dass du Stärke beweisen kannst, dann gnade dir Gott im wahrsten Sinne des Wortes. Also das zu patzen und auszusitzen und zu sagen, kann ich nicht, geht nicht, will nicht, bin zu schwach, funktioniert nicht, ist nicht die Lösung, sondern dein Menschsein besteht darin, genau darin, dass du dann und wann Stärke beweisen musst. Um es nochmal zu sagen, es ist etwas zeitlich Begrenztes. Eine Stärke ist nicht absolut und immer anhaltend und du musst nicht immer stark sein, darum geht es nicht. Viele Menschen haben diese irrige Ansicht, dass sie immer stark sein müssen, immer Stärke zeigen müssen. Das ist Quatsch. Du kannst auch sehr, sehr schwach sein und dann dadurch vielleicht sogar Stärke beweisen. Das kann sein. Aber die Stärke tatsächlich, diesen Stress auszuhalten, der dann geschieht, diese Besonderheit, diese große Anstrengung, diese starke Herausforderung ist etwas sehr Wichtiges. Und es gibt so diesen alten Spruch, was uns nicht tötet, macht uns noch stärker. Das passt ganz gut hierhin. Das heißt, wir wehren uns, wir sind einfach stark und es macht uns hart, aber nicht in dem Sinne, dass wir harte Männer werden oder hart sind und unbarmherzig sind und kein Einfühlungsvermögen mehr haben oder Mitgefühl mehr haben, sondern Härte uns selbst gegenüber, unserer Trägheit gegenüber, unserer Lässigkeit, unserem Laissez-faire, und unserem, naja, muss ich nicht heute machen, mache ich morgen, vielleicht übermorgen und solche Dinge. Das heißt, das Leben verlangt von uns immer wieder Stärke. Außerordentliche, plötzlich entstehende Stärke, die da ist, die aus dem Nichts zu kommen scheint, die von nichts her trainiert ist und plötzlich unheimlich stark ist. Und das sind so ganz einfache Beispiele, wenn du mal auf einem Spaziergang warst oder Wanderung warst oder mit dem Fahrrad unterwegs warst oder sonst wie irgendwo etwas getan hast und wieder Erwarten, wieder aller Planung, entsteht dann was ganz anderes in diesen Situationen. Dann findest du den Weg zurück, dann läufst du freiwillig 25 Kilometer durch Paris. Ist mir neulich mal passiert, ja, gibt es keine andere Möglichkeit. Okay, dann laufe ich 25 Kilometer durch Paris, durch eine Großstadt. Habe damit nicht gerechnet, aber ich habe die Stärke, an dem Ort wieder anzukommen und beschützt und behütet, wieder da zu sein, wo ich da sein wollte. Eine Stärke, die wir in unserem inneren Konzept als Menschen immer wieder brauchen, um das Leben geradezu, ich sag's mal wirklich so, zu rechtfertigen und zu sagen, das bin ich, auch wenn ich jetzt gerade krank bin oder Schnupfen habe oder was, ich kann trotzdem stark sein. Oder ich kann stark sein, auch wenn wir schon bei Krankheit sind, eine Krankheit zu durchstehen. Ich habe Zahnschmerzen, ich habe Magenschmerzen, alles Mögliche. Es wurde Corona diagnostiziert und ich merke auch, ich habe heftige Symptome. Das kann ja vorkommen bei Corona, das wissen wir alle. Okay, dann bin ich eben krank, aber ich habe diese Stärke, diese Immunität, die sich daraus bildet. Aus der Stärke bildet sich Immunität, diese Krankheit durchzustehen. Also der Wille, der starke Wille zu etwas, das ist die Stärke. Und die Stärke ist einerseits vom Willen abhängig, also das, was wir wirklich vorhaben zu tun, in dieser Herausforderung und andererseits kommt die Stärke aber auch aus einer sehr unbewussten und unwillkürlichen Kraft, motorischen Kraft, meinetwegen von der Muskulatur her, also vegetativ getragen. Normalerweise haben wir das willkürliche System, ein motorisches System, aber in die Motorik greift auch das Unwillkürliche ein, wenn ich da mal ein bisschen einen physiologischen Exkurs mache an der Stelle. Tatsächlich, beides kommt mir zugute, das Automatische als eben auch das Willentliche, das da ist. Du musst jetzt stark sein, wenn du plötzlich eine Nachricht bekommst, dass was weiß ich passiert ist. Lassen wir es offen. Das sind Dinge, die wir hoffentlich nicht erleben, aber das Leben ist eigentlich so, dass es das immer wieder auch bereit hält, diese Herausforderung. Plötzlich vor einer nicht geplanten, nicht geahnten Situation zu stehen. Und das ist besser. Ich bin also auch da an der Stelle ein großer Vertreter von dem, dass wir im Leben mit allem Möglichen rechnen müssen, positiv wie negativ. Also gerade zu einer Balance vornehmen in unserem Leben, dass das eine möglich ist, aber auch das andere möglich ist. Es hat immer beide Seiten. Das Leben ist immer dualistisch. Es trägt immer beides in sich. Etwas absolut glückselig Machendes auf der einen Seite und Schönes und Wohltuendes und all das. Und Gott weiß was, was du nie gerechnet hättest im positiven Sinne, wie auch auf der anderen Seite das Negative. Beides braucht Stärke. Beides braucht das Erkennen, das Begreifen von Stärke, die jetzt gerade notwendig ist, wie auch diesen Räusper da wegzukriegen, um weiter reden zu können. Diese Stärke, zu der wir jederzeit bereit sind. Beides braucht das Erkennen, das Begreifen von Stärke und Wohltuendes und Wohltuendes und Wohltuendes und Wohltuendes. Beides braucht das Erkennen, das Begreifen von Stärke und Wohltuendes und Wohltuendes und Wohltuendes.